hallo und herzlich willkommen zu mr luke zock pro cycling manager 2023 heute mit dem finale der spanien rundfahrt wir haben noch drei berg und zwei flachetappen und den anfang machen wir mit der 17 da haben wir eine bergankunft auf den bekannten angliru richtig richtig steil einer der geilsten anstiege in spanien wie ich finde nicht zum selber hochfahren aber zum anschauen wir haben vorne eine 22-köpfige spitzengruppe mit emmanuel buchmann und danny von poppel ausgerechnet heute wenn es wieder darauf ankommt martinez mit einer minus zwei das wird hier an dem letzten anstieg natürlich noch mal richtig eklig werden ich halte im modus die möglichkeit offen vielleicht die etappe zu gewinnen je nachdem wie es hier so läuft aktuell ist der fortsprung bei 2 30 halte ich nicht für unmöglich dass er die etappe gewinnen kann ansonsten ist er dann später noch als helfer für martinez da das soll jetzt auch nicht heißen das ist jetzt bad luck dass martinez negative tagesform hat so meine ich das nicht auch tage wo er plus hat klar liegt auch daran dass der form höhepunkt nicht erreicht ist die fitness schwindet und so weiter aber hier kann das heute halt noch mal richtig kostspielig werden aber da müssen wir durch um platz drei zu verteidigen auf dem weg dahin können wir aber mit von poppel noch mal die sprint wertung hier abräumen weil das könnte jetzt glaube ich keiner drum macht auch wenig sinn für die anderen ausreißer so dann ist nämlich von poppel hier auch noch im rennen das punktetrikot vielleicht zu gewinnen die spitzengruppe ist jetzt im zweiten anstieg und das auch gleichzeitig der vorletzte nur noch 22 kilometer bis ins ziel klingt jetzt nach ziemlich wenig an sich von der renndistanz ist es das auch aber der angeli ruht gleich wird noch schwer genug sieht gut aus für die ausreißer gruppe wir folgen hier mit ihm einfach mal bergpunkte wenn für uns jetzt nicht so relevant vielleicht mit adria noch auf einem der anderen bergetappen aber mit ihm haben wir da ja bislang noch nichts auf dem konto wichtig ist da einfach mitzuhalten 5 minuten 30 ungefähr abstand von poppel hat sich hier verabschiedet der kann da nicht mithalten hat auch bei der sprint wertung nichts mehr gerissen nach dem ersten anstieg aber buchmann ein ganz gut dabei zu sein für heute checken wir währenddessen mal die lage im hauptfeld aus zum glück ist da jetzt noch nicht so mega das tempo gemacht worden von poppel wird hier durchgereicht ja ich denke so 50 60 mann kommen hier über den anstieg drüber den alto del cordal ja gleich der angli ruhe die letzten was sind das sieben kilometer bestimmt wenn ich sogar noch mehr wir haben hier leider keine profil angabe das wird hart und in der spitzengruppe attackiert man hier direkt in den anstieg rein ich folge einfach mal erst mal mit ihm buchmann das haben wir hier sonst chaves bau ausbohren ja der anstieg ist saulang ganz ehrlich ne ich war hier erst mal das eigene tempo das ist auch noch saumäßig weit hier unten ist es jetzt nicht ganz so steil also achteinhalb prozent nicht ganz so steil aber guckt euch das mal an also die werden sich noch umgucken mal schauen ob die rechnung aufgeht vielleicht ist buchmann auch nicht der allerstärkste mag sein aber ich fahre mit dem erst meine 70 weiter kommt mobistar an o los cano ist auch dabei er kann sich natürlich in der gesamtwertung noch mal ordentlich verbessern und hier geht es jetzt im hauptfeld ans eingemachte solange hier niemand attackiert werden wir erst mal mit 85 einsatzbalken position beibehalten weiterfahren wir haben noch einige jungs dabei das ist ganz gut aber jetzt kommt der schwerste abschnitt ja ich habe gesagt ungefähr sieben kilometer sieht auch so aus wir schauen mal nach vorne emu holt hier ein paar leute wieder ein rund um buch fairwake da vorne chaves und hepburn oben lascano alter der hat hier den turbo gezündet nico dance macht seine sache echt gut ja alle ungefähr gleich gut beisammen wenn man so möchte aber roger adria haben wir noch der kann martin ist dann noch als letzter helfer gleich unterstützen also bislang bin ich zufrieden aber das feld ist natürlich auch noch sehr sehr groß also da können noch abstände kommen für uns ist das jetzt aber erstmal ganz gut dass die konkurrenz noch nicht so komplett auf krawall aus ist aber gerade in dem moment wo ich das sage setzen sich die beiden bekloppten hier wieder ab store und jürgensen vier kilometer noch für das hauptfeld 80 ist viel zu viel glaube ich ganz ehrlich wie sieht es bei emu buchmann aus ja um den sieg für den sieg wird es nicht reichen lassen kann aus echt saustark zwei kilometer hat er noch dann oben buchmann 70 immer noch zu viel müssen hier auch untergehen das ist einfach noch zu lang wir sind noch recht viele ja wobei die fallen alle auch immer weiter auseinander ziehen wir mal mit dem helikopter ein bisschen nach vorne da ist dora die peter fairwag alter jürgensen ja der hat hier auch ein bisschen die turbo gezündet martinez geht etwas runter lässt adria jetzt stehen gar nicht so schlecht wie hat kowski ist vor uns kathie magnalti store gut wenn die jetzt nicht mehr komplett zulegen können wir werden hier verlieren ja aber nicht so schlimm wie ich befürchtet hätte währenddessen emu buchmann auf dem letzten kilometer der überholt jetzt auch noch sam omen klar ich hätte ihn noch zurückfallen lassen können aber buchmann super ergebnis nur euer lascano ist hier stärker emu buchmann wird wahrscheinlich zweiter bei so einer prestigeträchtigen bergankunft auf dem angiru das hat er sich auch verdient der deutsche kommt hier aber mit einem abstand von fast zwei minuten rein dann oben charles jürgensen ist auch nicht weit entfernt über reste von der ausreißer gruppe dauert noch eine weile hier kommt brandon mcnulty der ist natürlich gefährlich für dann die martinez der hat so vier minuten 40 wer war osborn der store gut du quer kowski da ist martinez ja räumlich ist die distanz nicht so groß aber in zeitabständen gemessen wird das schon leider etwas mehr sein ja jürgensen ist weg machen wir uns nichts vor brennan mcnulty ist interessant ja fast zwei minuten wir verlieren weiterhin zeit mcnulty klettert auf die drei ungefähr 47 sekunden abstand haben wir auch den buchmann springt weit nach vorne punkte wertung von poppel hat ordentlich gut gemacht in der bergwertung baut bu seinen vorsprung weiter aus aber chaves kommt richtig nah heran etappe nummer 18 mittelgebirgig wieder mit einem schlussanstieg nicht ganz so schwer wie der angli ruhe aber recht ähnlich emmanuel buchmann ist wieder in der spitzengruppe dabei diesmal hat der frederick vandal als helfer 24 mann wieder recht groß gute chancen wir haben wir hier fair wagen von eben osborn wo natürlich der dauerbrenner aber wort chaves und co sind jetzt diesmal nicht dabei der schwerste anstieg ist glaube ich der hier in der mitte der 1er am schluss immer mal wieder sehr steile abschnitte sehr typisch spanisch aber eben nicht so extrem wie der angli ruhe ungefähr die gleiche herangehensweise wie eben zum glück hat martin ist heute wieder einen guten tag da hoffe ich können wir mal noch ein bisschen zeit wieder aufholen auf ein mcnulty oder so die spitzengruppe ist jetzt knapp bei der hälfte des renns oben im anstieg zum puerto de san lorenzo lediglich einer ist bislang zurückgefallen ungefähr 6 6 1 halb minuten abstand hier und buchmann über macht hier ganz gut das tempo mit frederick vandal also ich glaube echt wenn die durchkommen so von den ersten eindrücken her können wir hier ganz gut das tempo bestimmen hätte buchmann gute chancen die etappe zu gewinnen aber so weit sind wir noch nicht maximilian schachmann war in der abfahrt vom san lorenzo in einen großen sturz verwickelt jetzt einige leute erwischt die sind nicht alle gestürzt aber viele leute wurden aufgehalten also eine sehr große gruppe 85 da fehlt mir jetzt gerade noch der überblick weil das so viele sind werde alles zurückgefallen ist aber im peloton sind nur noch 38 ja schachmann hat von uns erwischt der fährt zum glück weiter wird zwar noch nice to have als helfer aber wenn vielleicht der ein oder andere und rein zurückgefallen ist wenn ich ist das ein ganz guter trade so langsam wird das tempo ordentlich angezogen in der ausreißer gruppe ist man jetzt an dem vorletzten anstieg und hier fällt die gruppe schon ziemlich auseinander nur noch so die hälfte ist dabei ja vandal musste sich leider auch verabschieden ist hier mit victor lafay unterwegs imo buchmann der ist noch vorne mit dabei mit testfazion tusfeld lastra auf dem papier sollte er eigentlich der stärkste bergfahrer sein aber haben wir mal jetzt geht sie erstmal um die weiteren bergpunkte da wollen wir einfach nur dabei bleiben und dann sind wir auch schon fast am schlussanstieg wie sieht es währenddessen im hauptfeld aus nico dance ist jetzt gerade zurückgefallen rote adria kann gleich noch für martinis eingespannt werden und frederick vandal wird vorne noch warten kurz vor der kuppe über die bergwertung drüber haben sich aus dem hauptfeld noch mal ein paar leute abgesetzt rund um platz 10 in der gesamtwertung haben jetzt keinen riesigen vorsprung rausgefahren aber immer ein bisschen vorne sind noch acht leute zusammen und ja die gehen jetzt in den schlussanstieg rein und möchten hier nicht mehr gemeinsame sache machen sondern sich auseinander nehmen wir machen was mit buchmann denk es macht wieder am meisten sinn windschatten spielt jetzt nicht so die riesige rolle bei diesen prozentzahlen da ist es nicht der angli ruhe aber wir haben trotzdem hier 14 prozent dass er eigentlich einfach sein eigenes tempo fährt ne sieben mann sind sie noch sechseinhalb kilometer wir haben gute chancen über sieben minuten vorsprung das hauptfeld fährt jetzt gleich in den anstieg rein zack attacke von kathy müssen wir natürlich auch aufmerksam so die lage verfolgen kwiatkowski und berhe attackieren wir haben ja hier noch ein paar helfer beisammen die ein bisschen arbeiten können springen mal wieder nach vorne vor und petili haben sich hier ein bisschen abgesetzt ja aber auch hier immer noch relativ weit hier brennt gerade nichts so richtig an also die fahrer werden nicht mehr um den sieg mit fahren das denke ich safe vier kilometer also mega viel kann ich glaube ich mit buchmann nicht mehr zusetzen gehen wir mal auf eine 68 stecken die lage im hauptfeld hier wird jetzt richtig alarm gemacht wandern die aus dem weg hat sich hier jemand davon gemacht ja gut quert kowski kathy und so die haben wir eben gesehen nico dens walzt sich jetzt hier sein weg nach vorne so wir gehen auch nach 80 sieht gar nicht so schlecht aus für uns gerade eben wo buchmann hier konferenz schaltung ist auch auf einem ganz guten weg petili am limit schor geht so buchmann dreht weiter hier seine runde eineinhalb kilometer noch das wird knapp währenddessen jürgensen und store sind hier noch in schlagdistanz das fällt fällt immer weiter mc nalti ist nicht mehr dabei wie es aussieht ja vorne reicht es leider nicht ganz schor petili und dann kommt eben buchmann der wird hier dritter wieder eine starke leistung aber es reicht eben nicht ganz martinez hat noch einiges an reserven da bin ich sehr konservativ gefahren ja aber aufgrund der letzten tage habe ich mich das nicht so unbedingt getraut mit dem hier voll in die offensive zu gehen aber ich glaube der kann ja auf die letzten meter noch ein bisschen sprinten aber wir haben hier nur jürgensen godü und dann kommt martinez hier an wäre durchaus ein bisschen mehr drin gewesen wenn ich das gleichmäßiger geteilt hätte hinter uns wer fehlt lascarlo verliert gut er ist hinter uns aber mc nalti vermisse ich hier gerade ja jetzt weiß ich auch warum er musste aufgeben weil er gestürzt ist deswegen ist er hier nicht mehr dabei so sieht die gesamtwertung jetzt aus wird kowski springt nach vorne ja zwischen platz 3 und platz 5 würde ich sagen ist noch alles offen buchmann in die top 10 reingesprungen reihenfolge erster zweiter dritter heute war ja jetzt ziemlich nah wieder dran hat nicht ganz geklappt aber der hat ja vorher schon mal eine etappe gewonnen etappe 19 ist komplett flach könnte man meinen einen tag für die sprinter aber bei der vuelta haben wir ja nicht so mega viele top sprinter dabei von daher haben sich die meisten teams in ausreißer gruppe gesetzt und jetzt liegt es zuletzt an uns die wieder einzuholen zwischenzeitlich hat man da ganz gut zusammengearbeitet ich befürchte es reicht nicht ganz weil jetzt die anderen nicht mehr mitfahren um die ausreißer noch einzuholen wir waren da eigentlich auf ganz guten kurs aber jetzt lässt man uns da ein bisschen hängen eineinhalb minuten 14 kilometer ja dann halt nicht dann schauen wir uns doch mal an was vorne abgeht also da ist die k.i. auch echt dumm ok jetzt attackieren doch noch mal welche voll auseinander gefallen ich wollte gerade sagen die fahren immer nur geschlossen zum sprint nähe ist nicht so kataneo setzt sich hier durch im sprint gegen dem marki jawohl doppelsieg für die italiener und dreifach sieg sogar für italien und dahinter kommt hier der große rest an im hauptfeld bleibt alles beisammen ist jetzt auch scheiß egal wo wir im sprint landen und dann haben wir hier noch die etappe 20 holy shit die ganze zeit rauf und runter das noch mal die letzte gelegenheit in der gesamtwertung unterschied auszumachen wir werfen mal einen genaueren blick auf das profil also durchgehend dreierberg wertung den ganzen tag hoch und runter nichts jetzt so mega steil am schwersten ist eigentlich der letzte anstieg aber die menge macht zeit wir werden alles voll auf die gesamtwertung setzen sollen die leute sich in der ausreißer gruppe geben mir ist das latte checken wir ebenso die lage ob da jemand gefährliches dabei ist er unsere platzierung gefährden könnte wir machen ein bisschen gemeinsame führungsarbeit mit wismar ließe bike geht jetzt nicht darum die ausreißer wieder einzuholen sondern einfach das ganze so ein bisschen zu kontrollieren und jetzt nicht so eine komplette spazierfahrt zu machen im hauptfeld und hier so ab zwei drittel der strecke würde ich dann gleich mal die gesamte mannschaftsstärke nehmen und vollgas hämmern wir müssen ja heute was riskieren ja so ungefähr wie das jetzt hier aussah so wollen wir das dann nachher machen und zwar so der voranzug wird hier aufs gleis gesetzt wir fahren zwar nicht in richtung sprint anfahrt sondern die kleinen berge hier hoch und runter da sind wir ungefähr gerade es ist noch ziemlich groß da ist mir vielleicht der abstand zwischen den anstiegen bisschen zu groß mal gucken was das hier werden kann also die ausreißer kommt durch da muss man glaube ich kein prophet sein wir haben über sechs minuten vorsprung ich hoffe mein team hält das hier durch vielleicht sind wir ein bisschen früh angefangen aber wir müssen ja was riskieren ansonsten wird das hier nichts und das hauptfeld ist noch riesig 47 kilometer vorm ziel nimmt sich hier mark so leer ein herz in die hand und attackiert einfach mal ja gut gewinnen wird er nicht mehr aber versucht sich wahrscheinlich in der gesamtwertung noch nach vorne zu schieben und gehen allmählich die helfer aus muss ich jetzt echt ein bisschen reduzieren und dann gleich bei den letzten beiden anstiegen versuchen was irgendwie noch geht aber leider geht da echt nicht so mega viel so vielleicht haben wir jetzt mal ein bisschen glück bisschen ja bisschen unordnung hier da werden einige ausreißer eingeholt also eigentlich nichts besonderes aber vielleicht haben die ein paar leute hier mal ein bisschen weggeblockt so dass hier mal lücken entstanden sind die kudenz muss ich aber eigentlich noch behalten den brauche ich jetzt hier gleich für die abfahrt also auch auf die gefahr hin dass da wieder welche rankommen könnten die kudenz brauche ich so knall mal jetzt alles rein in die abfahrt er kann richtig gut abfahren martin ist nicht mit dem besten tag emo buchmann ist auch stark aber buchmann muss ich natürlich für martin ist dann gleich opfern währenddessen können wir mal schauen was vorne so abgeht neun mann sind beisammen die fahren in den letzten anstieg rein kataneo ist wieder dabei tussfeld auch michael store attackiert aus dem hauptfeld heraus gut ebenfalls ja leider sind da wieder ein paar mehr leute zusammengekommen und emo buchmann ist sau stark aber martin ist nicht so deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen was wir hier machen ich könnte mit buchmann halt locker deutlich schneller fahren aber der wird jetzt nicht mehr so viele platzierung gut machen das lohnt sich nicht so mega und die kraft kowski haben wir hier alle im griff jetzt war ich auch zu schnell wieder für martine scheiße der felter ein bisschen zurück dann switchen wir doch mal auf beschützen hier um alter martin ist echt ein miserabler abfahrer kann man echt nicht anders sagen ich hoffe der kann in der gruppe hier noch dabei bleiben sieht nicht so gut aus ja toll wenn es danach geht hätte man eigentlich eher defensiv fahren müssen um platz fünf abzusichern so wie der heute drauf ist aber das wollte ich halt auch nicht das ist ja scheiße vorne kommen kataneo hier als solosieger wieder an holt sich den nächsten etappen sieg und in der dc gruppe so ein bisschen waffenstillstand hier und da mal ein paar attacken und tools nicht so interessant ja hoffentlich können wir mit martin ist ein bisschen regenerieren vielleicht fahren wir hier mal so ein kleines bisschen tempo aber gleich im sprint werden wir sonst abgehängt er ist einfach platt ich hoffe der wird hier einigermaßen zeitgleich gewertet mit den jungs mal gucken ja ein paar sekündchen abstand haben sich da noch ergeben war jetzt aber nichts dramatisches mehr gudy und kwiatkowski haben die plätze gewechselt ja da auf den dritten werde ich auch noch gerne gekommen aber so da wir gleich nur noch eine flache etappe haben bleibt bei diesem ergebnis und gleichheit in der punkte wertung jürgen sind ja auf der 1 da müssen wir noch was dran ändern das heißt jetzt entweder im ziel richtig fett punkten mit von poppel oder den zwischensprint nutzen oder beides also da hier nicht so mega viele sprinter sind vorne haben wir drei ausreißer glaube ich ist das nicht so schwer es mit martin ist dann ein paar punkte zu holen also ich werde einfach beim zwischensprint jetzt rein halten okay hier sind ein paar sprinter wobei kataneo was macht ihr hier ich nicht egal wir versuchen hier den vierten platz zu holen einmal mit martinez und mit von poppel ok singli sprintet hier auch machen ganz gute punkte jawohl somit sind wir virtuell erst schon mal jürgen sind ziemlich verarschen das wurde da nicht richtig angezeigt ja und im ziel gibt es noch 50 30 und so weiter glaubt ein zweiter platz im sprint selbst wenn man diesen zwischensprint raus lässt müsste reichen dann wäre von poppel im grünen trikot wir versuchen das beste aus zu machen die gesamtwertung ist halt durch ohne jetzt bauen sich hier die sprint züge auch trentin der letzte mann der da ist ja doch wollte ich sagen die haben ja die klein und deinese töns für lidl track von poppel der top favorit nico dance macht diesmal nicht den letzten mann recht kurvige anfahrt hier wir haben noch einige leute draußen sind aber ziemlich breit ich hoffe die fahren uns hier nicht so in die parade ist leicht abschüssig deswegen vielleicht versuchen wir noch mal nach links raus zu gehen ziemlich kurvig kommen wir würden hier gerade noch mal ein bisschen um wandal buchmann martinez adria ich habe zu viele fahrer die kommen nicht mehr nach vorne gerade 99 in ist also ich habe jetzt noch mal geswitcht martinez links wo ist adria wo ist er von poppel alle ihr seid ihr überhaupt nicht in position eine gute ausgangslage ja das wird nichts mit dem sieg rentien der anfahrer wird hier nicht der sieger wie brett oder connor swift video brett mal wieder martinez kommt auf der 13 rein von poppel viel zu weit hinten normalerweise ist es aber trotzdem reichen um immerhin grün zu holen mit martinez dann schauen wir uns doch die siegerehrung an vito brett hier mit dem zweiten sieg stark muss man sagen ist jetzt auch kein reiner sprinter jörgensen ziemlich unbeeindruckt von der konkurrenz gewesen hat sich hier klar und deutlich durchgesetzt martinez auf der 5 buchmann auf der 10 in der gesamtwertung leichter enttäuschung muss ich sagen aber natürlich auch riskant mit dem double tour und vuelta da werde ich meine schlüsse daraus ziehen aber wollte ich mal versuchen mit martinez insgesamt würde ich sagen war das jetzt nicht schlecht aber hätte ein bisschen besser sein können bergwertung geht an wo auch der der start ziel sieg jawohl martinez holt sich punkte wertung knapper fight wenn sie mit von poppel in dem ein oder anderen flachen sprint noch mehr gerissen hätten hätte der das ding eigentlich auch easy holen müssen aber besser martinez als gar kein boa fahrer nachwuchs wertung geht auch an jürgen so ein wenig verwunderlich und die team wertung an ue am ende also platz 5 und platz 10 in der gesamtwertung sechs etappen siege denke insgesamt kann man zufrieden sein auch wenn im gc podium wünschenswert gewesen wäre ich hoffe das video hat euch gefallen lasst doch gerne like und abo da und schaltet gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es heißt mr luke zock pro cycling manager 2023 bis dahin macht's gut ciao